Anna Maria Thalbach ist eine deutsche Schauspielerin. Werdegang Thalbach wurde in Ost-Berlin in eine Theaterfamilie hineingeboren. Ihre Mutter ist die Schauspielerin Katharina Thalbach, ihr Vater der Schauspieler Veladimir Weigel, Neffe von Helene Weigel. Ihre Onkel mütterlicherseits sind der Schauspieler Pierre Besson und der Regisseur Philippe Besson. Ihr Stiefvater war der Autor Thomas Brasch, ihre Großeltern mütterlicherseits die Schauspielerin Sabine Thalbach und der Regisseur Benno Besson. Bereits als Kind spielte sie kleinere Rollen. Nach der mittleren Reife machte sie eine Ausbildung in Grafik und Modedesign an der Lette-Schule. Anschließend begann sie eine Hospitanz in der Kostümschneiderei des Berliner Schiller Theaters, feierte aber bald schon ihren ersten Bühnenerfolg an der Seite ihrer Mutter in Brechts Mutter Courage. Ihr Spielfilmdebüt gab sie 1990 in Haagbohms Herzlich Willkommen. Für ihre Rolle in Zärtliche Erpresserin wurde Anna Thalbach 1993 auf dem Filmfestival Max Oppespreis als beste Nachwuchsdarstellerin ausgezeichnet. 2001 erhielt sie für den Tatort Kindstod den Deutschen Fernsehpreis in der Sparte Beste Schauspielerin in einer Nebenrolle. Anna Thalbach ist auch als Hörbuchsprecherin tätig. Für ihre Lesung des Romans Paint It Black von Jeannette Fitch wurde sie 2008 mit dem Deutschen Hörbuchpreis als beste Interpretin bedacht. 2014 wurde sie für das kleine Gespenst für den Deutschen Animations-Sprecherpreis beim Trickfilmfestival Stuttgart nominiert. Sie hat eine Tochter, Nelly Thalbach, die in die Fußstapfen ihrer Mutter, Groß- und Urgroßmutter trat. Sie spielte in Maria an Callas und veröffentlichte 2005 mit ihrer Mutter die Audio-CD Unsichtbare Wegbegleiter. Von Engeln und Schutzengeln. Seit 2014 tritt sie in der ZDF-Quiz-Sendung der Quizkampion als eine Expertin für die Kategorie Literatur und Sprache an.